Ganz bestimmt. Oder man hätte in Naturalien investiert. Spargel zum Beispiel. Nur noch wenige Wochen ist das edle Gemüse frisch gestochen zu haben. Und wegen des durchwachsenden Wetters und geringer Erntemengen müssen die Spargelfans in Deutschland dieses Jahr mehr ausgeben als sonst. Aber echte Liebhaber stört das nicht. Spargel satt. Im größten Spargel-Restaurant Süddeutschlands gibt es das königliche Gemüse. Tonnenweise von April bis Ende Juni. Stangenspegel, Speigelgemüse, Speigelsalat. Dazu Kartoffeln, Pfannkuchen, Fleisch, Schinken. Freunde des Speigels kommen hier ganz auf ihre Kosten. Von hier kommt das edle Gemüse. Von Feldern bei Bruchsal, der Spargelhochburg in Nordbaden. Für Ottmar Böser beginnen die Tage zur Zeit sehr früh. Noch war die Saison nicht prächtig. Es war lange zu kalt für den Speigel. Der April war sehr, sehr schwierig. Nass, kalt und oftmals Frost. Wir mussten zum ersten Mal in unserer Betriebsgeschichte bei Schneefall Spargel ernten. Das hat es noch nie gegeben. Spargel-Ernte ist ein harter Job. Den erledigen, wie überall in Deutschland, Erntehelfer aus Europa. 120 Frauen und Männer aus Kroatien und Polen sind für Böser im Einsatz. Viele von ihnen kommen seit vielen Jahren. Morgens um sechs geht es los, Stück für Stück immer die Hügel entlang. Jeder von ihnen macht so zwei Kilometer am Tag. Immer gebückt, ein Knochenjob. Die neuen Erntewagen verschaffen ein wenig Entlastung. Wenn da die Spur mal gemacht ist, dann läuft das wunderbar. Und dann haben wir den Vorteil, die Ware steht auf der Erntehilfe. Der Korb muss nicht angeklopft werden und wieder 50 Zentimeter weitergetragen werden. Und die Folie wird halt automatisch nach oben aufgehoben und danach wieder abgelegt. Bezahlt wird Stundenlohn plus Prämie. Gute Erntehelfer kommen so auf über 10 Euro Stundenlohn. Drei Monate Spargelsaison ist für die meisten mehr als ein Jahreseinkommen in der Heimat. Ottmar Böser hat das Geschäft von klein auf gelernt. Er hat den Hof vom Vater übernommen. Baut 45 Hektar Spargel und 5 Hektar Erdbeeren an. Für den eigenen Hofladen und das Restaurant. In Spitzenzeiten ernten sie hier drei bis vier Tonnen am Tag. Wir verwerten alles und es fängt quasi an bei dem dünnen Spargel, Suppenspargel, der auch gar nicht geschält werden muss, weil er ganz dünne Schale hat. Und dann haben wir hier die schönen weißen geraden Stangen. Das ist eine Klasse 1. So hätten wir gerne alle, aber das sind maximal 10 Prozent unserer Ernte. 10 Uhr, Landwirt Böser wird jetzt zum Entertainer. Jeden Tag in der Saison hat er eine Reisegruppe zu Gast auf dem Hof. Öffentlichkeitsarbeit für den Spargel. Heute sind es Rentner aus dem Saarland. Es gibt eine halbe Stunde Nachhilfe in Sachen Spargel und Mutige dürfen auch selbst stechen. So lernt man leichter, warum Spargel viel mehr kostet als anderes Gemüse. Uns liegt ganz, ganz viel dran, dass man einfach die Leute aufklärt, den Leuten zeigt, was hinter den Kulissen abläuft und wie wichtig es ist, den Leuten zu zeigen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Der Lohn, Speigelessen im Restaurant. Aus einem Umkreis von 100 Kilometern kommen Speigelfans hierher. Allein heute gibt es 650 Platzreservierungen. Das Gastro-Konzept hat sich Wolfgang Böser ausgedacht, der Bruder des Landwirts. Über 50 Mitarbeiter, darunter 10 Profiköche, verstehen sich als Botschafter für den Spargel. Wir sind in guter Hälfte von Baden-Württemberg und über die Grenzen hinaus schon bekannt. Also auch die angrenzende Pfalz und Hessen haben wir viele Kunden. Und die kommen immer wieder mehrfach in der Saison und erzählen es weiter. Und ich denke, einen guten, frischen Spargel hier essen zu können, ist Botschaft genug. Während die Gäste ihren Spargel genießen, geht es nebenan zur Sache. Fleißige Hände verarbeiten den am Morgen geernteten Spargel. Ohne Handarbeit geht es nicht. Die Sortierung in 20 unterschiedlicher Handelsklassen übernimmt die Maschine. Jetzt muss nur noch verkauft werden. Aber Feierabend hat Ottmar Böser noch lange nicht. Nein, noch nicht. Die Planung für den nächsten Tag steht an und Büroarbeit gehört auch noch dazu. Für Familie Böser geht das Konzept auf. Spargel und Erdbeeren, frisch vom Feld ins Restaurant und in den Hofladen. Das kommt an bei den Kunden. Und die sorgen hier bis Ende Juni garantiert. Für Hochbetrieb. Für Hochbetrieb.